Normalerweise scheint bei Kultauswanderin Daniela Katzenberger immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Doch nun offenbart sie, dass sie seit ihrer Jugend an einer Krankheit leide. Goodbye Deutschland Sternchen und Kult-Blondine Daniela Katzenberger lässt in einem Interview mit RTL gesundheitlich nun tief blicken. Eigentlich spricht die 38-Jährige selten über solche Themen, als Zuschauer lacht man eher mit Daniela, anstatt traurig oder erschrocken zu sein. Doch jetzt offenbart sie, dass sie seit ihrer Jugend unter einer Herzrhythmusstörung leidet. Ich habe das oft während der Autofahrt und kriege dadurch dann Panikattacken, erzählt Daniela. Die Kult-Blondine habe sogenannte Extrasystolen, also zusätzliche Herzschläge. Für Betroffene fühlt es sich meist wie Herzstolpern oder Herzaussetzer an. Besonders in Momenten, in denen Daniela ganz allein ist, mache ihr das große Angst. Über ihre Symptome erklärt die 38-Jährige, es fühlt sich an wie ein Paukenschlag gegen die Brust. Als ob das ganze Blut danach in den Kopf schießt. Wie ein Schwindel, seit ihrem 13. Lebensjahr leide die Frau von Lukas Cordalis unter der Krankheit. Ein Trost ist jedoch, es habe sich herausgestellt, dass die Symptome keine ernsthafte Gefahr für Daniela darstellen. Psychisch leide die Auswanderin aber trotzdem darunter, gerade in Stresssituationen. Deshalb würde sie aktuell über mögliche Behandlungsmethoden nachdenken. 2. Untertitelung des ZDF, 2020